Unter dem Motto Wir bauen auf Dich veranstaltet das Seraphische Liebeswerk der Kapuziner unter der Schirmherrschaft von Harti Weirather und Projektleiterin Marianne Hengel am 13. und 14. Mai eine zweitägige Benefizveranstaltung in Weisbach bei Lofa. Zu Christi Himmelfahrt startet das große Fest mit Spielstationen für Kinder und Jugendliche mit einer Autogrammstunde von Rheinfried Herbst und vielen anderen Stars. Ab 17 Uhr gibt es eine sensationelle Schlagerparade mit den Stars Nick P. und Monika Martin im großen Festzelt. Am Freitag ab 19.30 Uhr findet das große Sänger- und Musikantentreffen statt. Wir bauen auf Dich! Unterstützen Sie diese Benefizveranstaltung des Seraphischen Liebeswerks der Kapuziner am 13. und 14. Mai in Weisbach bei Lofa und erleben Sie viele starbesetzte Programmhighlights. 24. Mai in Weisbach Vielen Dank.